Mein kleiner Schatz, meine Mama und ich gehen jetzt in den Kabelschacht von der Kabelhängebrücke in Langargen, die ein 125-jähriges Jubiläum hat. Schaut mal, wie tief es da runter geht. Schaut mal, Leute, wie tief sie runter geht. Und jetzt laufen wir in der Richtung Ausgang. Schaut mal jetzt in meine Mama und meinen kleiner Schatz im Schacht und gehen ganz runter. Und weg ist der Kleine. Oh, da ist er. Kommt wieder. Kommt wieder. Hallo. Und da kommen die zwei wieder. Super gemacht.